Hallo aus der Weizstraße in Othmaschen. Eine wunderbare Straße, tolle Geschäfte, gute Einkaufsmöglichkeiten. In den letzten Jahren jedoch sind sehr viele Pkw-Fahrer mit dem Pkw in die Geschäfte gerast. Und deswegen müssen wir Folgendes hinbekommen. Wir müssen die Parksituation so verbessern, dass wir möglichst vielen Menschen es ermöglichen, mit dem Auto in die Weizstraße zu kommen, aber auch für Sicherheit sorgen, damit nicht erneut Pkw in die Geschäfte rasen. Dafür setzen wir uns ein und dafür bitten wir um Unterstützung.